Wenn du Bewerbungen schreibst auf einem Computer, wo schreibst du denn die? Du musst das sowieso mit mir machen, ich hab noch nie eine Bewerbung gestellt. Ich hab jetzt ein Scherz. Nein. Das ist Familie, schaut sich das an. Jawohl, die Steigerung ist kitschig. Alle fachlichen Voraussetzungen hast du nicht. Abschluss 9. Schuljahr hast du nicht.